Alles dreht sich um das Haar. Das ist das Credo des Modefriseursalons Roswithas C. Kelly in Trofejach. Die Zufriedenheit aller Kunden durch persönliche Beratung und urteilssichere Betreuung ist oberstes Gebot. Daher wird man in den Räumlichkeiten des steirischen Friseurs die sonst üblichen Allerwelts fragen, wie hätten sie es denn gern oder ist es so recht, nicht hören. Neben topmodischen Haarschnitten für Damen und Herren von 2 bis 99 gehören auch Kolorationen, Haarverlängerungen und stylische Hochsteckfrisuren zum breit gefächerten Angebot der Haarkünstler. Dabei kommen frei nach dem Motto, das Beste ist gerade einmal gut genug, nur ausgesuchte Spitzenprodukte zur Anwendung. Besonders bei Eigenhaarverdichtungen für mehr Volumen hat sich das Haus in der Lochinetti-Gasse einen hervorragenden Ruf erworben. Wer also sich und seinen Haaren Gutes tun will und dazu absolute Professionalität sucht, ist im Modefrisseursalon Roswithas C. Kelly an der richtigen Adresse und stets herzlich willkommen.